Und Natalia begrüßen zu dürfen. Jetzt möchten wir uns ein bisschen vorstellen, ganz kurz vorstellen. Heute sind wir den ganzen Hochfeldsabend mit euch zusammen. Musikdor, zwei Sterne, André und Natascha. Wenn ihr demnächst irgendwelche Fragen oder Wünsche habt, ihr könnt uns gerne ansprechen, wir werden uns freuen. Und jetzt habe ich mir schon erfunden. Ja, Mama, kannst du mal bitte zu mir kommen? Jetzt möchten wir die Hochfeldsabend an eine Dame, an ein Mädchen, an eine Frau, die heute den kürzesten Rock anhat. Wir suchen den kürzesten Rock der Hochzeit. Viel Spaß, Dennis. Schauen die Kamera auf. Wer hat den kürzesten Rock? Ja. Liebe Gäste, gleich gibt es für euch einen kleinen Wetterbericht. Und demnächst gibt es auch ein paar Verhaltenshinweise. Was darf man heute machen, was es ja nicht erwünscht? Ja, jetzt pass mal bitte auf. Schaffi, bekommen einen Preis. Ah, es geht immer wieder abwechslend. Eine Glückwunschkarte auf Deutsch, eine Glückwunschkarte auf Russisch. Mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Toi, toi, toi. So, die Deutschen und die Russischen Stars. Lass ja auch jetzt schasseln, mein Arzt, wir hüten. Auf, 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 auf. Ah, es geht immer wieder ab, auf, 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 auf. Danke schön!